Man kann es viel einfacher sagen, Sie lustwandeln den ganzen Tag herum und lauern darauf, wo Begehren sich auf Sie richtet, dass Sie danach abscannen, ob es sich genügend optimal eignet, in Ihre Begehrenssammelkörperchen der Epigenetik auf- und eingesammelt zu werden und dann am Ende daraus ein schönes Gericht zu zaubern, wenn all diese begierde Objekte und abgepflückten und abgeschnittenen Bananenfrüchte eingesammelt worden sind.